Heute ein Video für alle Cashback-Fans. Wir schauen uns heute mal die Plutus-Card an. Hier ist sie, wunderschön in blau. Plutus bietet 3% Cashback und das ohne Kosten, ohne verpflichtende Kosten. Das ist auf jeden Fall mein Blick wert und wenn ihr mir schon länger folgt, dann wisst ihr ja, dass ich bis vor ein paar Wochen Verfechter von Vivid war. In den letzten Jahren habe ich immer mal wieder das Thema Cashback hier auf diesem Kanal auch gebracht und habe auch unter anderem immer für Vivid die Fahne hochgehalten und auch lange Zeit Vivid aktiv genutzt habe. Aber Vivid hat in den letzten Monaten und Jahren so ziemlich alles verschlimmbessert, was man verschlimmbessern kann. Denn für mich, kann ich schon mal vorab sagen, bedeutet Banking auch eine gewisse Seriosität, eine gewisse Kontinuität und vor allen Dingen nicht jeden Monat neue Bedingungen, neue Bedingungen für Cashback. Hier oben nochmal das Video dazu. Und deswegen bin ich aktuell dazu gezwungen, mir zumindest schon mal Alternativen anzuschauen. Ich habe mir schon einige Alternativen angeschaut. Viele davon habe ich schon wieder verworfen. Aber Plutus kann man sich auf jeden Fall mal anschauen. Und heute zeige ich euch einmal die ganze App, alle teilweise wirklich sehr guten Vorteile, aber auch die Nachteile, die auf jeden Fall auch existieren. Alles in einem Video. Wir gucken einmal in die App rein. Ich zeige euch die ganze Funktion, was es mit Pluton auf sich hat. Alles in diesem Video. Bleibt dran und schreibt auch gerne mal eure Meinung in die Kommentare. Gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Und übrigens, abonniert auch gerne den Kanal, damit ihr keines dieser Videos mehr verpasst. Und ich würde sagen, dann gehen wir direkt an den Bildschirm. Eine Sache noch vorab. Wenn ihr die App testen wollt, nutzt gerne meinen Link hier unten in der Videobeschreibung. Dort bekommt ihr nochmal 10 Dollar Anmeldebonus. Das gleiche bekomme ich auch. Das sei aus Transparenzgründen einmal erwähnt. Und ob die App etwas für euch ist, das schauen wir uns jetzt im Detail mal an. So, da sind wir schon an meinem Bildschirm. Ich zeige euch jetzt heute das Ganze in der Desktop-Variante. Es gibt sowohl eine App fürs Handy, als auch natürlich eine Desktop-Variante für den PC, wo man das Ganze nochmal ein bisschen, ja, einfach auf dem größeren Bildschirm einfach sehen kann. Ich finde das immer ganz cool. Also, wenn es eine Desktop-Variante gibt, dann ist das für mich auf jeden Fall eine Sache, wo ich immer mal reinschaue oder mir zum Beispiel auch später Account-Statements runterladen kann. Das finde ich ganz entspannt. Und ich würde sagen, wir gucken uns jetzt das Ganze mal an. Fangen wir erstmal an, was es denn so an Cashback gibt. Das ist einmal natürlich diese 3% Cashback. Und dann seht ihr hier schon, ich kann 3% Cashback bekommen bis zu 2000 Euro. Und ich habe jetzt hier schon mal Netflix als Perk mir abbuchen lassen. Dazu komme ich auch nochmal gleich, denn es gibt auch noch Perks, wo ihr nochmal Netflix umsonst bekommt. Weil Aldi zum Beispiel 10 Euro Cashback bekommt und so weiter. Kommen wir jetzt aber gleich zu. Wir gehen jetzt mal erstmal hier auf die verschiedenen Modelle. Da gibt es einmal das Starter-Modell. Das kann jeder kostenlos nutzen. Und das ist auch das, was ich eben angesprochen habe. Ihr bekommt 3% Cashback und das auf maximal 250 Euro im Monat. Also 250 Euro durch 100 mal 3. 7,50 Euro Cashback würdet ihr dann maximal bekommen. Und ihr habt hier einen Perk frei. Was ist ein Perk? Ein Perk ist quasi so ein Sondermodul, wo ihr nochmal extra Sachen freischalten könnt. Ihr seht hier schon, ich habe mir Netflix und Aldi freigeschaltet. Schauen wir mal bei All Perks rein. Und dann sehen wir hier, dass es nochmal ordentlich Specials gibt. Zum Beispiel 11 Euro Cashback. Natürlich immer in Pluton. Wie gesagt, komme ich gleich nochmal drauf zu sprechen. Ihr seht es hier. Muss ich jetzt nicht alles vorlesen. Spotify ist dabei. Shell ist dabei. Auch ganz cool. Also wie so ein 10 Euro Tankgutschein. Aber auch hier auch Aldi dabei. Wir gehen zum Beispiel öfter bei Aldi einkaufen. Deswegen habe ich mir schon Aldi gesichert und so weiter. Ihr könnt hier auch noch, das ist ein bisschen blöd, in der PC-Version hier so rüber swipen. Da müsst ihr mit gedrückter Maustaste drücken. Und dann könnt ihr noch mehr sehen hier zum Beispiel. Da versteckt sich zum Beispiel auch hier Disney Plus dahinter. Auch nicht schlecht. Oder, ja, da war es gerade Amazon Prime. Hier auch nicht schlecht. Kann man auf jeden Fall mal machen. Finde ich eine ganz coole Sache. Und diese Perks merken wir uns jetzt. Ich habe zum Beispiel zwei. Dann sehen wir hier in der Starter-Version, die komplett kostenlos ist, habt ihr nochmal ein Perk extra. Heißt also 7,50 Euro. Über diese 250 Euro. Davon 3%. Und ein Perk freigeschaltet. Wir haben es mal Netflix. Dann wenn es nochmal 11 Euro. Dann habt ihr insgesamt 18,50 Euro. Die ihr damit im Monat maximal an Cashback bekommen könnt. Ganz coole Sache eigentlich. Dann gibt es noch das Modell Everyday. Da gibt es auch 3%, aber auf 2.000 Euro im Monat. Das ist auf jeden Fall das, womit ich super gut klarkommen würde. Über meine Kartenzahlungen. Da komme ich ungefähr mit hin. Das wären 60 Euro Cashback im Monat. Wenn man das voll ausschöpfen würde. Plus zwei Perks. Sagen wir mal ganz grob nochmal 10 Euro im Monat. Hätten wir also 80 Euro Ersparnis. Dafür kostet das Ganze aber dann 4,99 Euro. Und dann hier Premium. Ganz ehrlich, braucht man nicht. Da gibt es nochmal einen Perk mehr. Und dann kann man 22.500 Euro pro Monat mit der Karte bezahlen. Braucht kein Mensch. Also hier, ich glaube, entweder Starter zum Ausprobieren. Und vielleicht im zweiten Monat Everyday. Bei den Perks. Ich habe mir jetzt zwei, habt ihr eben schon gesehen. Habe ich mir jetzt einfach ganz straight Netflix gesichert und Aldi. Netflix hat ja zum Beispiel schon abgebucht. Dann kann ich euch das mal eben zeigen. Hier zum Beispiel. Dann bekommt ihr einfach eine Abbuchung von 11,90 Euro, die wir eben gesehen haben. Und dann hier, ja, einfach hier beim Pluton Token. 11 Euro hier in Pluton. Das sind dann im Moment 1,2 Plu hier ungefähr. Und dafür 11 Euro. Und sogar für die Differenz, weil mein Netflix kostet 12,99 Euro, habe ich sogar noch für die 1,90 Euro nochmal 3% Cashback bekommen in Plu. Also hier nochmal 0,0067 Plu. An den Plu Token, Pluton Token, kommt ihr aber nicht sofort dran. Wenn ihr hier mal schauen wollt, dann seht ihr hier Pending 2,28 Plu. Dann seht ihr hier, die sind 45 Tage geblockt, bevor ihr sie umtauschen könnt. Und dann könnt ihr sie aber auch in Euro umtauschen. Es gibt ja auch eine dezentrale Exchange. Die ist aber aktuell offline. Sehen wir hier bis zum 30. Juni. Ihr habt aber auch die Möglichkeit, ganz normal über die MetaMask Wallet das Ganze auf KuCoin oder was weiß ich zu schieben und auch da zu verkaufen. Aber das nun mal am Rande ist jetzt so ein bisschen schon für so ein Überblick-Video schon vielleicht ein bisschen zu viel. Aber hier auf jeden Fall im Hintergrund behalten, ihr bekommt 3% Cashback und sogar auch diese Perks. Also eigentlich sogar weit mehr als 3% Cashback. Aber nicht so vor den Euro, sondern in einer Kryptowährung. Und die Kryptowährung, können wir uns mal eben anschauen bei CoinMarketCap, ist relativ wertstabil geblieben, muss man fairerweise sagen, im letzten Jahr. Also hat den Bitcoin-Crash im letzten Jahr so ein bisschen vermieden. Hier sitzt es hier. Aber natürlich auch hier den letzten Pump. Wenn wir jetzt hier mal auf 3-Monats-Sicht gehen, dann sieht der Bitcoin-Kurs so aus. Und der Pluton-Kurs sieht natürlich dann wertstabiler aus, sage ich jetzt mal. Aber eben auch kein Pump drin. Also hier ist man natürlich, hier muss man auf jeden Fall so ein bisschen den Pluton-Token so ein bisschen eher als, nicht als Chance sehen, meiner Meinung nach, sondern eher als Risiko, sage ich jetzt mal. Um das, dass das Cashback noch eben nachträglich minimiert wird. Und ich werde auf jeden Fall, denke ich mir mal, hier, sobald immer die 45 Tage ausgelaufen sind, immer mal wieder umtauschen. Um das ganze Cashback dann auch wirklich in Euro zu sichern. Und wenn man dann irgendwie was in Kryptowährung nach wie vor machen möchte, ja, um Gottes Willen, dann ab in Bitcoin oder Ethereum damit. Das ist erstmal so der erste Überblick. Das sind erstmal die offensichtlichen Vorteile. Ihr könnt aber auch noch bis zu 8% Cashback bekommen. Wenn ihr, wie damals auch bei Krypto bekommen, ähnlich, auch Pluton-Staked. Und das zeige ich euch mal eben hier. Ich habe mich mal eben ausgeloggt. Und bin mal eben inkognito drin, damit ich euch das mal zeigen kann. Hier nochmal ganz übersichtlich. Also Starter kostet nichts im Monat. Ihr habt ein Perk und 3% Cashback bis 250 Euro. Und dann das, was ich habe mit zwei Perks für 4,99. Das, was ich eben gezeigt habe, mit drei Perks. Und dann könnt ihr noch den Pluton-Staken. Und könnt ihr quasi 250 Plu euch entweder ersparen oder natürlich auch kaufen. Bei KuCoin zum Beispiel. Und das wären aktuell bei aktuellem Kurs 250 mal 8,68 Euro. Da müsstet ihr quasi 2.170 Euro aktuell investieren. Damit ihr 4% Cashback bekommen könnt und 4 Perks habt. Also das ist natürlich schon mal eine kleine Verbesserung. Dann 500 Plu. Das wären dann natürlich mal 2 für 4.000 Euro. 5% Cashback und 5 Perks. Gut, die Perks muss man natürlich auch ausgeben. Also da muss man natürlich auch dann bei der Shell tanken oder was weiß ich, was es da so gibt. Dann Legend für 8.600 Euro gibt es dann 6% Cashback und 6 Perks. Und dann natürlich für 17.000 Euro könnt ihr 8% Cashback freihalten und 8 Perks. Aber wie gesagt, bei den Perks ist die Frage, ob man das dann alles auch wirklich dann auch ausgeben kann. Ich persönlich werde nicht staken. Ganz klare Ansage. Ich versuche auf jeden Fall hier jetzt mal wirklich Cashback zu generieren und auch Cashback mir zu sichern. Ich werde hier wahrscheinlich erstmal nicht staken, weil natürlich auch das Risiko besteht, dass der Pluton-Token einfach auch mal im Preis sinken kann. Das soll aber auf jeden Fall mal der Übersicht halber, wollte ich das mal sagen, dass es das auf jeden Fall noch gibt. Also bis zu 8% Cashback könnt ihr auf jeden Fall euch ergaunern. Kommen wir zu den Nachteilen, die ich jetzt persönlich schon entdeckt habe, wo ich jetzt nur so ein bisschen mit der App schon herumgespielt habe und meine ersten Testläufe gemacht habe. Was mir aufgefallen ist oder was ein bisschen nervig ist, in Anführungsstrichen, ist auf jeden Fall, wenn man Geld aufs Verrechnungskonto hier überweisen kann, das kann man automatisieren. Das kann man monatlich automatisieren, per Dauerauftrag einfach. Dann muss man aber immer jeden Monat händisch das Geld von Verrechnungskonto hier nehmen und muss es hier auf dieses Kartenkonto überweisen. Und wenn es einmal auf dem Kartenkonto ist, dann kann man es nicht mehr zurück überweisen. Das steht auch so in den AGBs drin. Also da muss man das quasi ausgeben oder halt abbuchen auf eine andere Kreditkarte. Das geht übrigens auch. Ist ja auch wie hier umbuchen. Aber was man auf jeden Fall beachten muss, und das zeige ich euch mal eben hier, das Geld ist nicht sofort da. Also es ist keine Instant-Überweisung. Man muss tatsächlich warten. Ihr seht auch hier, da habe ich es zum Beispiel abgebucht an dem Tag, am 28. März, habe ich es abgebucht und auf meine Kreditkarte überwiesen, umgebucht, wenn man so will. Das hat zwei Tage gedauert, weil es, glaube ich, sogar am Wochenende war. Ja, und da habe ich es gestern nochmal gemacht, hier, gestern Vormittag und das war dann heute, da, ich sage mal, ein bis zwei Tage muss man hier rechnen. Das ist natürlich ein bisschen blöd, wenn man mal eben kurz schnell Geld aufladen möchte. Das funktioniert bei Plutus aktuell nicht. Das ist so ein bisschen blöd und was aktuell natürlich auch ein bisschen doof ist, dass die interne Exchange im Moment einfach offline ist. Also hier vom 1. März bis zum 30. Juni aufgrund von Upgrades im Moment offline. Im Moment müsste man quasi hier die Meta-Mask-Quality hinzufügen und das Ganze nach KuCoin schicken zum Beispiel, um es dort zu verkaufen. Das sind auf jeden Fall so die Nachteile, die mir auf den ersten Blick eingefallen sind. Ich werde jetzt auf jeden Fall die App in diesem Monat richtig mal nutzen und meine ganzen Konsumausgaben mal darüber machen. Und dann machen wir vielleicht in einem Monat nochmal ein Update-Video und dann kann ich euch nochmal im Detail nochmal vielleicht ein paar Sachen erzählen, die gut oder schlecht sind. Und dann können wir auch mal eine Entscheidung treffen, ob denn Plutus, meine neue Hauptkreditkarte, einfach für Konsumausgaben, für Einkäufe des täglichen Bedarfs, also Aldi, Rossmann, Tanken und so Kleinigkeiten einfach ist. Aber auf den ersten Blick natürlich Cashback, Netflix, Aldi, also das sind schon schöne Sachen, die man da auf jeden Fall bekommen kann. Das erinnert so ein bisschen an Vivid in den ersten Tagen, in den ersten Zeiten und bin mal gespannt, ob das denn auch möglichst lange so bleibt. Schreibt mir gerne eure Meinung zu Plutus in die Kommentare und dann sehen wir uns beim nächsten Video. Und nicht vergessen, wenn ihr euch für Plutus interessiert, hier unten in der Videobeschreibung ist ein Link. Da bekommt ihr nochmal 10 Dollar extra Bonus und das gleiche bekomme ich auch. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis die Tage.